Wie stark war Magnus Carlsen mit 14 Jahren? Das beantworte ich im folgenden Video. Hallo und herzlich willkommen in New of the Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Ja, Magnus Carlsen, 14 Jahre alt, da gehen wir zurück ins Jahr 2005. Im letzten Video hattet ihr schon erfahren, dass Magnus Carlsen im Jahr davor schon Großmeister geworden ist. Und jetzt, zu Beginn des Jahres 2005, firmierte er bei einer Elo-Zahl von 2.553. Das war sogar ein bisschen weniger als im Oktober 2004. Da hatte er schon 2.581. Ziemlich fett für einen 13-Jährigen. Und im Verlauf des Jahres stagnierte diese Zahl so ein bisschen im hohen 2,5er-Bereich. Und Ende des Jahres 2005 hatte er eine Elo-Zahl von 2.570. Wir werden dann im nächsten Video im Jahr 2006 sehen, dass es dann sprunghaft nach oben ging. Sprunghaft? Er stieg enorm im Jahr 2006 danach. Aber dazu später mehr. Hier in diesem Video gucken wir uns eine Partie an vom Juli 2005. Und zwar von der norwegischen Meisterschaft. Der Gegner ist gar nicht so stark, nach Elomäßig betrachtet. Geir Sunetalaxen Osmo, ein 20-jähriger internationaler Meister zu dem Zeitpunkt mit einer Elo-Zahl von 2.349. Aber die Partie ist wirklich richtig, richtig cool, richtig kreativ gespielt vom jungen Carlsen und ein richtig, richtig schöner Angriff. Gehen wir mal rein. Springer f3, Springer f6, c4, e6, d4, b6, g3. G3, eine der Hauptvarianten. Weiß bereitet Läufer g2 vor. Läufer a6, greift diesen Bauern an, b3. Hier spielt man normalerweise Läufer b4, entwickelt den Läufer. Osmo spielt hier allerdings b5. Das ist ungewöhnlich, aber hin und wieder kam das vor in der Praxis. Greift den Bauern an, auf c4. Weiß nimmt raus auf b5, Läufer schlägt b5. Läufer g2, entwickelt den Läufer, d5, besetzt das Zentrum hinter einem Bauern. Rochade, Springer bd7, alles normale Züge hier, Springer c3. Hier sieht man, warum der Läufer auf b5 nicht so toll steht. Weiß gewinnt hier ein Tempo. Der Läufer muss wieder zurückziehen. Turm e1, Läufer d6. Weiß ist einen Tacken besser entwickelt und dran. König in Sicherheit, drei Leichtfiguren im Spiel. Der Turm steht schon zentral, also drei, vier, fünf Entwicklungszüge kann man sagen, während Schwarz nur 1, 2, 3, 4 Figuren entwickelt hat, also vier Entwicklungszüge. König noch in der Mitte und weiß ist am Zug. Hier könnte man direkt loslegen im Zentrum mit e4. Die Idee ist, wenn er nimmt, wenn hier zum Beispiel alles getauscht wird. Im Vergleich zur Partie wird man sehen, dass der Läufer auf c1 wahrscheinlich etwas besser aufgehoben ist, um auf dieser diagonale Richtung h6 zum Königsflügel zu schauen, als in der Partie. In der Partie spielt Carlsen Läufer b2, entwickelt den Läufer hier auf diese Seite. Hier guckt er allerdings so ein bisschen auf seine eigenen Bauern, auf seine eigenen Figuren, auf eigenen Bauern. Kurze Ruchade, e4. Jetzt spielt er e4. Jetzt tauscht Schwarz alles ab auf e4. Die Bauernstruktur hat sich geändert. Weiß hat jetzt hier einen isolierten Bauern auf d4. Dafür ist der Turm aktiv auf der vierten Reihe. Nicht, dass das von so besonderer Bedeutung wäre, aber wir werden sehen. Läufer b7, greift den Turm an. Turm h4. Sehr kreativ gespielt hier von Carlsen. Strategisch denke ich, ist es besser, wenn man mit dem Turm auf der e-Linie bleibt. Sicherer, sagen wir es mal so. Turm h4 ist riskant, weil es den Turm an den Rand stellt. Und Türme am Rand fühlen sich auch nicht so wahnsinnig wohl. Ähnlich wie Springer. Es geht hier weiter mit Läufer e7, greift den Turm an. Schwarz sagt sich so, wo willst du eigentlich mit deinem Turm hin? Und was macht Carlsen hier? Richtig lustig. Er stellt den Turm auf h3 auf. Also hier steht der Turm eigentlich schlecht, muss man einfach mal sagen. Der Turm steht auf h3, wirklich komisch. Versteckt hinter seinen Figuren, ja, eingefärcht dann. Aber er liebäugelt halt hier mit dem Angriff gegen den schwarzen König. Springer f6. Verteidigung, Springer. Guckt in die Richtungen, deckt den h7. Dame e2, bringt die Dame ins Spiel. Läufer d5. Turm e1. Wir sehen, der junge Carlsen bringt erstmal alle Figuren ins Spiel. Keine einzige Figur nicht mitspielen lassen, sondern ab ins Zentrum mit dir. Trotzdem, dieser Aufbau hier mit dem Turm auf h3 ist zweifelhaft. Und hier hätte Schwarz mit a5 selbst die Initiative ergreifen können am Damenflügel. Und objektiv betrachtet steht hier Schwarz sogar besser. Also aus Engin-Sicht, aus Computersicht, steht Schwarz sogar hier besser. Aber Schwarz spielte nicht a5. Schwarz spielte, ist keine Engine. Er spielt Dame b8. Idee, Dame b7 hier, Druck auf der Diagonale ausüben. Weiß spielt Springer e5, stellt den Springer ins Zentrum. Dame b7, greift den Läufer an. Weiß muss den Läufer im Prinzip tauschen. Ja, hier hat Schwarz die Möglichkeit mit dem Bauern zu nehmen und dieses Feld zu kontrollieren. Nahm aber mit der Dame raus, verständlich. Die Dame steht schön zentral hier. Ich glaube, ich hätte auch zu. Dazu tendiert hier mit der Dame zu schlagen. Dame c2, jetzt wird es langsam konkret. Jetzt haben wir 21 Züge gespielt. Eröffnung ist passé und wir befinden uns im Mittelspiel. Und Magnus greift an. Tja, was soll man hier spielen als Schwarzer? Hier droht schon ein bisschen was. Und am besten hätte jetzt Schwarz prophylaktisch h6 gespielt. Diesen Einschlag aus dem Spiel genommen. Oder ja, den H-Bauern halt dadurch gedeckt. Wenn Weiß hier gierig ist und den Bauern auf c7 schlägt, dann kommt Läufer b4. Und hier kriegt Schwarz enormes Gegenspiel. Den c7 sollte man eher nicht nehmen mit Weiß. Der ist auch nicht so wichtig. Stattdessen eher Läufer c1 mit der Idee eventuell hier auf h6 eine Figur zu opfern. Den Läufer natürlich. Deswegen hätte der Läufer wahrscheinlich von Beginn dann besser auf c1 gestanden bei der ganzen Geschichte. Bevor man Läufer b2 spielt. Sofort e4 und den Läufer einfach auf der Diagonale lassen. Nun gut. Gairesune Talaxen Ostmoe. Was ist Ostmoe überhaupt für ein Nachname für Norweger? Spielt hier c5. C5. Attackiert das Zentrum. Kann man bringen. Ist aber kein guter Zug. Das ist ein schlechter Zug. Ich bin gar nicht konzentriert gerade hier. Der ist nicht guter Zug. H6 hätte er spielen müssen. C5 ist ein Fehler. Jetzt seid ihr dran. Was macht ihr mit Weiß? Wie setzt ihr hier den Angriff fort? Am besten mit, genauso wie Carlsen am besten. Was macht ihr hier? Der Springer verteidigt das Feld h7, was Weiß hier mit den zwei Schwerfiguren angreift. Also wollen wir diesen Springer ablenken. Wie tun wir das? Wie lenken wir diesen Springer ab? Mit Springer g4. Einfaches Manöver. Lenkt den Springer ab. Droht Springer schlicht f6, gefolgt von Dame schlicht h7 matt. Also muss Schwarz jetzt hier den H-Bauern ziehen. Der beste Zug ist hier h5. Macht man allerdings aus menschlicher Sicht nicht wirklich. Schwieriger Zug. Hier wäre es weitergegangen mit Schlagen auf f6, Schlagen. Schlagen auf c5 zum Beispiel. Schlagen auf b2. Und Weiß gewinnt am Ende einen Bauern mit Turm e5 hier. Und Turm schlicht h5 und dann droht matt auf h8. Schwarz muss f6 spielen, um den König rauszulassen hier gleich. Erstmal die Dame wegziehen, dann schlagen wir auf h5. Aber Weiß hat hier einen Bauernmeer und Angriff gegen den schwarzen König ist natürlich besser für Weiß. Stattdessen spielte Schwarz h6. Turm e5. Starker Zug. Greift die Dame an. Die geht nach f3. Und jetzt kommt ein superschöner Angriff. Jetzt ist es vorbei. Jetzt lässt sich, dass der junge Carlson das auch nicht mehr nehmen. Er hackt hier auf h6 rein. Zerstört die schwarze Festung. G schlicht h6. Turm schlicht h6. Es droht Turm g5 matt. Man vergesse nicht die Dame hier. König g7. Einziger Zug. Und ganz stark jetzt hier von Carlson. Man könnte den Turm einfach zurückziehen nach h4. Aber es zeigt sich, wie gut er gerechnet hat und wie mutig er war. Turm g5 schach. Er opfert den Turm hier auf h6. Was ist die Pointe des letzten weißen Zuges? Seht ihr sie? Die Pointe lautet Läufer c1. Mit Abzugsdrohungen. Mit Damengewinn zum Beispiel. Weiß steht auf Gewinn. Der König hat kein Fluchtfeld. C schlicht d4. Turm g4 schach. Schach. Und hier, wenn der König nach h5 geht, ist sofort matt. Turm h4 schach. Schach matt. Deswegen musste Schwarz die Dame opfern. Allerdings hat Weiß jetzt schon so viel Material geopfert, dass Schwarz noch hoffen kann. Turm h4 schach. Springer h5. Jetzt ganz wichtig, nicht sofort die Dame nehmen, bevor Schwarz dann hier auch den Turm bekommt. Besser, Turm schlicht h5. König schlicht h5. Dame h7 schach zuerst. König nach g4. Und jetzt nehmen wir erst die Dame. Materiell hat Schwarz zwei Türme für die Dame. Okay, ist noch ein Bauer da. Aber der schwarze König steht so schlecht. Das war jetzt auf Gewinn steht. Turm h8 erstmal. Greift den Läufer an. Man muss noch genau hinschauen hier. Das ist nicht so leicht. Starker Zug von Carlsen. König g2. Baut hier das Matt-Netz auf. Turm schlicht c1. Jetzt nur noch die Dame da. H3 schach. Aber es ist matt gleich. König g5. Dame g7. Schach. König f5. König h5 ist matt nach g4. König h4. Dame h6. Schach matt. Also nach f5. Und hier ist es auch zweizügig matt. g4 schach. König e4. Und jetzt Dame d4. Schach matt. Mitten auf dem Brett. Der Bauer deckt dieses Feld. Der König deckt dieses Feld. Der schwarze König kann nicht fliehen. Matt auf e4. Mitten auf dem Brett. Super ungewöhnlich. Schöner Angriff von Magnus Carlsen. Wie ich finde. Gerade auch für so einen jungen Spund. Aber gut. Er war Großmeister da schon. Er war schon starker Großmeister. Und das ging ihm schon echt locker von der Hand. So ein Angriff. Also wirklich. Da ist unglaublich viel Talent auch zu erkennen. Bei diesem Angriff. Auch Mut. Und vor allen Dingen auch Selbstbewusstsein. Das war übrigens die norwegische Meisterschaft 2005. Da hat er den geteilten ersten Platz belegt. Und im Stichkampf verlor gegen Siemen Aktestein. Das war damals sein Trainer. Siemen Aktestein. Großmeister. Ein norwegischer Großmeister übrigens. Die Geschichte ist bekannt in der Schachwelt. Der sogar mal in der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft gespielt hat. Also auch so ein super Talent der Aktestein. Und interessanterweise wurde später Siemens Bruder Espen der Manager von Magnus Carlsen. Und es ist bis heute noch Espen Aktestein. Sehr interessant. Family Business. Ja. Das Jahr 2005. Beziehungsweise sein Alter. Also als er 14 war. Da stagnierte er so ein bisschen. Aber auf hohem Niveau. Im 2,5er-Bereich. Im hohen 2,5er-ELO-Bereich. Er schlug viele starke Großmeister in dem Jahr. Zum Beispiel Alexei Schiroff. Der über 2,7 hatte damals ELO-Zahl. Oder Gata Kamski beim Weltcup. Und er qualifizierte sich sogar für das Kandidatenturnier. Beim Weltcup belegte er Platz 10. Das reichte damals, um sich für das Kandidatenturnier zu qualifizieren. Was allerdings erst 1,5 Jahre später stattfand. 2007. Weil dann fand dann die nächste Weltmeisterschaft statt. Das ist häufig so, dass dann das Kandidatenturnier relativ zeitversetzt zum WM-Qualifikationszyklus stattfindet. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Im nächsten Video dann. Wie stark war Magnus Carlsen mit 15 Jahren? Dann Jahr 2006. Da wird er nochmal richtig Gas geben. Und da picke ich was Schönes für euch heraus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und gerne Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Jetzt kommen wir wieder auf die Kandidat! Und dann kommt das Kandidatentur, in die Kandidatentur und in die Kandidatentur und in die Kandidatentur.